hallo und herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von Call of Duty Black Ops 3 auf heute wie ich versprochen habe ich weiß nicht wieso aber ich kann auf den Scheiß nicht zielen bei mir dauert es so lange bis ich gezogen äh gezittert ich wollte was anderes jo ist klar Alter ich muss mich wow wow Alter mir ist klar jo Super! Nice! Hast du jemanden gekillt oder was? Was sind die? oh man ich glaube ich schaffe sogar niemanden zu kühlen ist klar wenn ich schaffe es zu zählen dann bin ich schon dort juhu einer hat mich gekillt mit schwert ich glaube glaube ich gehe gleich mit schwertflinte scheiße fack dich ganz ehrlich ich bin einfach nicht mehr scheiß egal ich wechsel lassen mir scheiß schnuppe habe ich keinen sniper das ist auch nie ich habe keinen sniper ich muss dich nehmen einfach hallo nicht mich killen ich bin dein freund was lol ist ja klar ich habe einen gekillt ich habe überhaupt nicht gedacht dass er kill alter das sollte mein kill sein so sollte man meinen kill nicht kriegen klar nein du bist ein hu hu ziel erledigt verbündete drohne nähert sich verbündete vorräte nähert sich was ist das oh nein auf ps4 oder was hin du bist ja versammeln genau Ich bin behindert! Juhu, habt ihr einen gekillt? Ja, jawoll! Äh, okay, das bist du. Ich wollte jetzt schon abschießen. Super, ja, ist wahr. Einer kommt mit Armbruchs. Juhu ist klar. Wir verlieren sowas von. Man, ich kill keinen! Meine fucking Blatt, ich schieb nur daneben. Oder ich bin Tordrufer. Meins. Fickt euch, ganz ehrlich. Ich hoffe, niemanden zu können. Ich habe ihn gegillt. Wir haben ihn die Ärsche aufgerissen, Leute. Wir sehen uns überrascht. Ja, du hast 1 zu 50. Ich weiß nicht. Wir sehen uns. Mann! Da. Ich habe zwei Kills. Wie kann das sein? Also Leute, das war's. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi! Bis zum nächsten Mal. Moltes. Du hast ihn in der Nähe.